Die Truppe ist da, ich sag nochmal, herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich auch bei Moritz Heier Glückwunsch gewünscht und auch alles Gute für Nürnberg. Moritz Heier ist auf dem Platz, dann kann das nicht so schlimm gewesen sein. Da können wir schon mal von ausgehen, dass er es will. Naja, unser Kapitan hat natürlich eine dicke Fresse, das ist ja ganz klar. Die gelb-rote Kerle war ja ein Witz von dem Stegemann. Aber dann müssen wir mit leben oder werden wir auch mit leben. Jetzt kommen die Trainer langsam dazu. Und mal sehen, ob wir noch irgendwas nachher reinkriegen von Tim Walder. Sonst ist alles klar hier, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe schon wieder den Tunnelblick. Ich habe schon wieder den Tunnelblick mit Heuer. Heuer, ich muss mal ganz schnell hingehen nach Heuer. Wir haben uns eben begrüßt von Heuer Fernandes. Der hat ja einige Bombenformen im Moment. Also das muss ich schon sagen. Das ist schon klasse, was Heuer hier abliefert. Denn im Moment ist auch erstligereif. Das muss ich so sehen und da bleibe ich ja bei. Jetzt kommt er. Wir haben uns schon begrüßt. So heuer fühle ich alles Gute gegen Nürnberg. Und dann wollen wir sehen, wie das läuft. Alles klar. Und dann haben wir noch einen Hausfrau. Tschüssi.